Zack bumm, da sind wir wieder mit einem neuen Teil. Letzter Retro Minecraft. Nein, das ist ja gar nicht Retro. Es ist... Oh, da brennt was. Es ist immer noch letztes Mainstream. Fängt gut an, fängt gut an, macht aber nix. Wir gehen mal schauen, was das hier los ist. Guten Tag. Hallo, ich hab's gefunden. Ist doch gerade noch gebrannt. Da hat's gebrannt. Da hat's gebrannt. Was es hier so gibt? Das ist doch eine Spinne, ich hör's doch. Das ist doch eine Spinne, ich hör's doch. Das ist doch eine Spinne, ich hör's doch. Hi. Komm her, du. Ich will dich störten. Hexi. Noch zwei Spinnen, wo kommt ihr denn her? Au. Ich hasse Spinnen. Also Spinnen sind mit Creepern die nervigsten. Ach komm, ey. So. Aber ich glaube, ich mach' ein bisschen laut. Ein bisschen laut. So. Meine Sandgrube. Mein Haus da oben wächst ganz fleißig. Tralali. Tralala. Ja. so. 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 Du kannst du eigentlich die ganze Schose lassen. In erster Wesen möchte ich hier eigentlich nur ein schönes Haus eigentlich haben. So. Aber ein bisschen weg. So. Hallo. So, Tür auf. Äh, Tür. Tür? Ah. So, guten Tag. So, äh, Tür muss natürlich von hier ran. Hä? Und dann aber bitte auch hier oben zu, so. Zack, Licht an. So, äh, das sieht natürlich jetzt Panna aus. Naja. Crafting Table. Cobblestone. So, zack. Hallo, vier Treppen. So. Hätte man daraus auch einmal machen können? Ne. Okay. Das ist übrigens gerade Booker Shade mit Paper Moon. Ich glaube, jetzt fällt ja eh die Hälfte raus, oder? Ja. Jetzt fällt der ganze Rest raus. Gut. Ja, Mensch. Coole Scheiße. Ich brauche hier mindestens vier Kisten. So. Vier Kisten. Äh. Eins, zwei. Ne. Eins, zwei. So. Hohen kommen mal die ganzen Steine. Egal. Ne. Hohen kommen die ganzen Setzlinge und so ein Gedöns rein. Und das hier. So ein Kladderadatsch kommt ja alles rein. Wolle. Ach, das freu ich auch nicht. Oh, noch mehr Wolle. Noch ein bisschen. So. Oh Gott, wie viel hatte ich denn da? So, jetzt habe ich hier noch mal zwei Chests. Äh, packen wir direkt hier hin. So, dann packen wir hier noch ein K... Äh, hier Kies hin. Bisschen. Glas, Cobblestone. Grün, Farbstoff, Samen. Kakteen, Kohle, Pilze. Knochen, Gunpowder. Sandstein. Graue Wolle. Steine, so. Hopps. So. Haben wir alles eingesammelt. Das müssen wir auch mal schön machen, dann. So. Äh, was können wir denn jetzt hier mal machen? Also. Oben kommt der Rest Dreck hin. Dirt. So. Ups. Das war jetzt natürlich nicht zu klug. Glas. Glas. Glas kommt da hin. Was kann man da hin tauschen? Kies. So. Wupp. So. Kies. Haben wir noch mehr. Dann, ähm, Eisen. So. Stein, Stein. Nehmen wir hier mal die Sachen raus, die Sachen rein. Äh, Blümchen. Kohle nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Hier nehme ich natürlich auch mit. Dann wird es mit Wolle. Wolle muss natürlich auch immer schön sortiert sein. So, dann haben wir hier möglichen Farbstoff. Da haben wir möglichen Farbstoff. Sugar Cains. Da könnte ich, glaube ich, Papier draus machen. Strings für den Bogen. Oder eine Angelschnur. Sticks nehme ich natürlich mit. Feuersteine. Und die Pilze sind zum Kochen. Dann. Ne, da brauche ich auch nicht mehr nix. Hier kommt rein. Mh, hier ist ganz übeldönt. So, ähm, wobei, die Kohle nehme ich noch mal mit. Die verbrate ich mal gerade. So. So, vier Sticks. Zack. So. Jetzt aber. Also. Dann habe ich hier noch ein paar Fackeln. Ein bisschen Holz. Das ist auch in Ordnung. Federn kann man hier noch reinpacken. Ich glaube, den Wasser einmal nehme ich aber besser mal mit. Leitern. Pft. Treppen. So, das kann man hier mal reinlagern. Knochen. Knochen. Sandstein. Holz nehme ich mit. Stein nehme ich mit. Gunpowder. Was macht man damit überhaupt? Feuersteine. Brauche ich jetzt hier auch nicht. Schere. Pfeile. Brauche ich jetzt auch nicht. Spitzhacke, 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 Schwert, Schaufel, Schaufel. So. Hm. Okay. So. Nee. Da. So. Mal gucken. Dann nehmen wir noch etwas Glas mit. Dann gehen wir erstmal nach oben. Ah, ja. Mhm. Sehr schön. Was passiert, wenn man gerade guckt, welches Lied läuft? Ähm, um euch das jetzt auch zu verkünden, das ist Mark Hole mit Girl One. So. Ach, herrje. Na toll. Genau jetzt wird es dunklen. Ja, Mann. Hat sich ja richtig gelohnt. Ich brauche mir trotzdem noch kurz ein Crafting Table für hier oben. Einmal kurz. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zack. Ich brauche mir mal eben hier zwei Türen. Einfach, damit ich hier auch mal zumachen kann. Ei, ei. Ja, und da muss ich mir auch einen schönen Einstieg überlegen. Es ist Nacht und ich habe jetzt gerade keine Lust hier zu arbeiten. Spawn hier Spinnen. Wäre ich aber aggro, wenn jetzt hier Spinnstorn. Nein. Nein. Wieso ist da etwas, was ich nicht haben will? Guck mal, ich bin später drum. So. So. Also. Nein. Oh Gott, ey. Was mache ich denn hier? Nein. Nein. Oh Gott, ey. Mike, was machst du da? Was zur Hölle? Ja. 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 Ja, ich lasse mich jetzt sterben. Ich habe da eigentlich keinen Bock drauf, gerade mit einem Herzchen hier zu. Oh. So. Hallo. Hallo. Ha. So. So. Also Baustelle oben. Aber das kann ich auch noch nicht so lassen. Gefällt mir noch nicht. Das ist nicht die Lösung, die es haben will, hier mit der Treppe. Ich denke, da werde ich mir noch was einfallen lassen müssen. So! Was machen wir hier? Ich denke, hier machen wir erstmal... Ich versuche hier meine Fackeln zu retten. Dann reiße ich hier meinen Dammelbalkon ab. Ich würde sagen, ich mache einen Holzbalkon. Ja, doch ein schöner, hölzerner Balkon. So. Ja, so vielleicht nicht. Aber ist ja alles kein Problem. So. Ich reiße hier mal weiter ab. Und wir sehen uns wieder zu einem neuen Teil. Let's mainstream Minecraft. Tschökes.